Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir einfach weiter ist das wieder kein neues Let's Play? wir spielen Remember Me weiter was zur Hölle? alter what the fuck was das für eine kranke Stadt? ist das Ihre Adresse, Madame? ja, ja, ich denke schon danke zu Diensten bei Anfälligkeit für periodischen Memorial Zutritt, bitte vor dem Ausgehen Ihren Auge-Kompass aktivieren Moment, sieht aus, als sei da noch einer Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt die entflohene Gedächtnisjägerin okay, Patrouille 17 Eintrag Flüchtige, Verdächtige erkannt Abholung im Gange denkste? wer will zuerst? äh, bla bla okay ja, ihr seid richtig, richtig gut auch, wie überlade ich ich will überladen Mist ja, die Kämpfe sind hochkarätig spannend gerade wie überlade ich den Wichser? äh ha so, anscheinend bang genutzt das sind also Enforster ja, okay jetzt will ich es aber sehen wow das nenne ich mindblowing wuuh nice game nice effect wuh, wir haben neue Sachen neue Sachen und heute kein Stimme wir haben wo ist denn das Kreuz, äh, Haken-Dings äh, Schloss-Dings da genug gedingst ich will mal neue Dinger hier haben genug gedingst ich will mal neue ja, ist egal wir brauchen mal neue Felder geht es hier rein? nö guck's her da halt, halt ah, halt runter da waren Fernseh-Dings ähm ja, da wo es so kacke aussieht drei Kartons sind und ne Mauer und dahinter Zeug gut wo sieht kacke aus drei Kartons drei Kartons Mauer Zeug äh, könnte ein zweiter sein boah, jetzt klappt es aber hier, wa äh, liegen da nicht ha, gefunden wie komm ich jetzt wieder hier raus? naja oder auch nicht mh, da drüber verstehe den ganzen Kackweg zurück Nillen, das hast du nicht gut gemacht Nillen mach das gescheit, bitte wir müssen doch hallo wieso geht hier nicht mehr da auch? ja kaufe, schwert man sich, läuft's wir müssen zusammenarbeiten in diesem Let's Play ja so äh, bekanntlicherweise klettern wir alle grundsätzlich an Rohren hoch wer das nicht tut sollte jetzt damit anfangen und wer jetzt damit anfängt ist wirklich blöd genug ist zu tun äh, kann ich nochmal darunter? ach, keine Lust das ist so geil dass die mich alle kennen ne ja, ich bin fame fame wow hat er mich nie mal getroffen? hier, patch dich und jetzt und jetzt und jetzt mach mal what the fuck what the fuck oh man, ich bin ein fucking cyberengel langweilig ja, ich bin ein fucking cyberengel das hat ah ja verdammt ah looking for some harder enemies oh oh, ich will überladen ah, Mist hier, ding ist äh angel power noch einer das ist ja nicht mal frauen power ist nicht gelogen das schlagen die zurück wo sind wir denn hier morgen reload oder was ach scheiß drauf obwohl das macht spaß äh, das spiel nimmt gerade richtig keine kampfformen an jetzt wird wieder langweilig jetzt ist es mir so mirro's edge like warum hab ich das kackgefühl als ob ich das teilen muss sag ich ja sag ich ja moment nee, ich komm noch nicht hoch scheiße man die kackmucke sprengt gerade meinen Schädel das war zu spät ich hätte rüber gemusst als es gerade umgeklackt ist na egal so, das ganze machen wir jetzt noch vier Stunden und dann kriegt man auch ein Display voll oder mehrere ah, es könnte zu spät gewesen sein komm schon ach, Mist eine Sekunde noch oh, ja ich sehe es gerade man sollte auch lesen was auf dem Bildschirm steht ja, ist ja gut fuck off jetzt habe ich es ja gelesen wie sieht dieser Bad Request Tube aus jung, nervös, dämlicher Haarschlein ein Möchtegern-Gedächtnisjäger treu seiner Sache oh, und dein größter Fan wir haben Fans du hast Fans mach was draus warte mal du bist doch gehauen worden muss ich genau davor stehen heute was ein Service hier größer Fan das klingt gut das klingt wie der erste der uns nicht töten möchte ok also ich würde spontan vermuten wir werden gejagt ist aber nur eine Vermutung hey, hier sind überall Bilder nur nicht von mir was ist das? ach egal cool Internet Explorer wo geht's her? wo geht's her? wo geht's her? oh, fernsehen ne, genug fernsehen geguckt gibt's eigentlich immer wieder sowas wie Leitern hier ja, da wollte ich doch gar nicht hin wieso machst du das? du Tom Brader Verschnitt da rechts müssen wir hin ok äh, gehst du? also bitte danke bestimmt müssen wir hin, oder? nein perfekt trotzdem was bekommen ach, das war nur quasi zum Dings holen na gut akzeptiert du machst das schon, Nelen du machst das schon, Nelen what the fuck flüchtlinge des klimawandels sind keine bürger zweiter klasse what echt nicht das sieht auch nicht schick aus nicht schick könnte man schöner machen ja the angel of death hab ich gerade beschlossen big charlie und seine hochfliegenden pläne schritt nach utopia schafft aber die hölle auf erden dieses blöde sensor-netzwerk war sein erster versuch und sowas passiert dann er ist der chef von nein, er ist das große Genie das launische Talent im Elfenbeinturm die Direktorin von Memorize ist seine Frau Silla Katja Wells ein Name, zwei Köpfe, tausend Gründe die Wände hochzugehen wir müssen dieses ad finden oh moment 30% Rabatt nice was ist das für ein Laden äh ja Miniaturen von irgendwas ich sehe ihn ich sehe ihn ey ich will nicht zensiert sein ich bin dein größter Fan danke ich habe schon eine Rote erkundet ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein ich suche das Architekturbüro hier ist alles drin vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt um den Drohnen zu entgehen folge ihm einfach es ist eine Riesenehre von den Besten geöffnet zu werden wie Autogramme geben ja dring ihn in den Ahlen, Bitch wir dürfen Dinge klauen fertig? alles bekommen? ja folge meiner Vergangenheit eine Rimini-Szenen-Spur durch die du an den Drohnen vorbei durch die Komfortburg bis hin zu Kaori Sheridan kommst coole Handschuhe ich habe Memo-Bohin an der Route gelegt sehr gut verankert sie sagen dir, wann du meine Rimini-Szenen aktivieren sollst besten Dank, dass du meinen Kopf nicht erklärt hast ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen auch nie vergessen er ist cool ich mag ihn ja, ist dagegen, ist doch cool drauf auf jeden kann ich auch gehen anscheinend nicht überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihm und kannst versteckte Informationen finden also gut ich lasse dich synchronisieren wir treffen uns drüben äh ha gemacht und nu nu ist Tür öffnen gut das hätte ich mir auch denken können wo ist das AD? ja, Arschlöcher Mann, seid ihr langsam und schlecht könnt ihr mal die Schnauze halten what the fuck da kann ich was mit anfangen ey, die ist total brutal haha, Mindblow los, ich muss ihm nur ein paar mal ins Gesicht und dann yeah wenn das was passiert hinter dieser Leiter wie geht's weiter ich würde sagen, das nehmen wir als Cliffhanger für die nächste Folge bis dahin vergesst mich nicht wir sehen uns und ey, lasst mir ein Albo da, ne? da verpasst ihr die nächste Folge auch nicht und am nächsten Freitag kommt wahrscheinlich wieder ein schönes Indie-Overview ich hab da ein paar lustige Sachen herausgefunden und ein paar lustige Menschen getroffen und ich will nicht auf Details eingehen aber enden achso, ja das waren zu viele Details sorry wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein ciao 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 Vielen Dank.